Bis zum nächsten Mal. Jo Leute, was geht ihr? Und heute darf ich euch immer wieder begrüßen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja und in diesem Video zeige ich euch, wie schnell viel Geld verdienen könnt in GTA Online. Das ist auch ganz legal und einfach Leute, bevor wir jetzt... Aber damit anfangen möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass ihr zur Zeit 3 Unlockalls aneufall los. Und dafür musst du einfach nur das Video hier liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und in die Kommentare schreiben. Jetzt will ich aber wie immer denjenigen grüßen, der halt im letzten Video einen positiven Kommentar in die Kommentare geschrieben hat. Und das war auf jeden Fall der Steven Black. Und er schreibt, danke für die coolen Videos. Fühl dich auf jeden Fall gegrüßt mein Freund. Und wenn du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt werden willst, dann schreib doch einfach mal einen positiven Kommentar in die Kommentare. Und mit deinem wenig Glück wirst du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt. Fangen wir jetzt einmal an mit dem Video Let's Go. Und zwar geht es in diesem Video, wie jeden Dienstag, um die neue Eventwoche, die wir halt seit heute mit im Spiel haben. Und mit einer neuen Eventwoche bekommen wir auch richtig coole Rabatte und Geldmethoden, mit denen wir dann richtig viel Geld sparen bzw. verdienen können. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal an mit den Rabatten, die wir bis nächste Woche Dienstag mit im Spiel haben. Und da wäre der erste Punkt, die Basen. Und da gibt es 30% Rabatt auf die Basis am Landakt Stausee. 20% Rabatt auf die Basis am Lego Zenkudo. Und dann gibt es noch 25% Rabatt auf die Basis an der Route 68. Der nächste Punkt ist dann Rabatte auf Luftfahrzeuge. Da gibt es dann 25% Rabatt auf die Buckingham Alpha Z1. Auf die Western Company Red U gibt es auch 25% Rabatt. Dann noch 25% Rabatt auf die Buckingham Akula. Und 25% Rabatt auf die RM10 Bombushka. Das war es auch dann schon mit den Luftfahrzeugen. Kommen wir jetzt einfach mal zum letzten Punkt. Und der nennt sich Supersportwagen, Waffenfahrzeuge und mehr. Und da gibt es 30% Rabatt auf den Proggen T20. Das ist ein Supersportwagen. Und den solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen, weil er sonst über 2 Millionen GTA Dollar kostet. Dann gibt es aber noch 25% Rabatt auf den Coil Zilone. Und das ist auch ein Supersportwagen. Ja gesagt, ein Elektro Supersportwagen. Dann gibt es noch 25% Rabatt auf die Dubagy Rapid GT Classic. Das ist ein Sportwagen. Dann gibt es noch 25%. Rabatt auf den MTW. Das ist ein Militärfahrzeug. Dann gibt es noch 25% Rabatt auf den Karin Taxional. Das ist ein Geländewagen und bzw. Waffenfahrzeug. Dann gibt es noch 25% Rabatt auf den Benefaktor. Limousine mit Bordgeschütz. Das ist eine Limousine oder Waffenfahrzeug. Und dann gibt es noch auf den Kipplaster Industriefahrzeug 50% Rabatt. Und diesen habe ich noch gar nicht ausgetestet. Aber das kann ich ja vielleicht auch nochmal machen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einmal mal zu den Geldmethoden, wie wir halt richtig viel Geld verdienen können. Diese Woche. Und das zum einen der Gegnermodus Okyopi. Und das ist dieser Spielmodus mit den ganzen Oppressor-Bikes, Leute. Wo ihr halt die ganzen Ziele einnehmen müsst. Ich finde Okyopi ist eigentlich ein cooler Spielmodus. Und bockt auf jeden Fall. Und der zweite Gegnermodus nennt sich dann die Bunkerserie. Und das sind dann alle Bunker-Jobs, die es gibt. Auf doppelte GTA-Dollar und RP. Das werdet ihr aber auch bei den Gegnermodis ganz weit oben finden. Bei B halt, weil das ist ja von A bis Z von oben nach unten sortiert. Das heißt, das zweite vom Job-Name, Leute. Also, ok. Kommen wir jetzt aber noch zum letzten Punkt. Und zwar zum Premium- und Zeitrennen. Und zwar nennt sich das aktuelle Premium-Rennen Nachbrenner und ist nur für Motorräder. Und das aktuelle Zeitrennen nennt sich Raiden Canyon. Und das werdet ihr auf jeden Fall noch hochladen, Leute. Ihr kennt das ja, jede Woche werde ich die beste Route für das aktuelle Zeitrennen hochladen. Und ich weiß aber noch nicht ganz genau, wann ich das ganze Hochladen lade. Also, aktiviert dann wieder die Glocke. Folgt mir auf Instagram, Leute. Und lasst dem Video ein Like da. Abonniert diesen Kanal jetzt sofort ganz kostenlos, meine Freunde. Und ich würde jetzt sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein. Ich bin raus. Und ciao, Leute.